Nächstes mal mit mir wurde gestern vor laufenden kamera schluss gemacht ist ja peinlich du erniedrigst dich ja selbst außerdem neue schräge spiele Keine lust mehr ganz ehrlich das kannst du nicht permanent sagen verdammte scheiße. Ja wir schaffen es doch nicht mehr Und die nächste nominierung was getan werden muss muss getan werden Das ist für mich Heuchlerei das ist für mich Verlogenheit Das ist nicht ehrlich